Hallo! Kurztipp! Heute ein Kurztipp! Und zwar habe ich folgendes gemacht. Euch gefühlt ja das Video zu dem Launcher, dass ich hier etwas geändert habe. Und ich habe noch etwas geändert. Seht ihr da oben das Bild. Der Dash-Starter ist jetzt ein anderer. Da war normalerweise das Ubuntu-Logo. Ich habe mich im Speziellen gestört, weil das dann in meinen Videos ständig zu sehen ist. Ich bin ja nicht die Firma Ubuntu. Hier habe ich das mal ein bisschen vergrößert. Durch sowas ersetzt. Ihr könnt ja auch beliebiges Bild nehmen. Wichtig dabei ist, dass das Bild ringsherum transparent ist. Wie man sowas macht mit Gimp oder Krita. Der netten Rita habe ich schon gezeigt. Und zeige ich euch schnell, wie man das austauscht. Also wie habe ich das überhaupt gefunden? Wo liegt dieses Bild? Hier bin ich unter Quantal Quetzal. Hier ist Unity Version 6. Dann könnt ihr mit Locate, Leerzeichen, Launcher bfb.png herausfinden, wo denn dieses Bild liegt. Im Moment heißt das, so könnte sich vielleicht irgendwann mal ändern. Findet ihr notfalls manuell unter Usershare Unity. Dann die Version von Unity. Und dann schaut ihr einfach mal mit dem Nautilus rein. Sollte dann das Ubuntu Logo mit diesem Namen finden. Und das ersetzen wir dann halt. Das ersetzen wir dann halt. Und das sieht dann so aus. Das habe ich hier schon mal sehr schön vorbereitet. Bei mir liegt mein Bildchen. Das ich so habe. Das liegt jetzt hier in dem Pfad. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Bildchen nehmen. Zum Beispiel könntet ihr mal hier den Tux nehmen. Der hat nämlich bereits, wie ihr vielleicht erkennen könnt, einen transparenten Hintergrund. Findet ihr auf Wikipedia, wenn ihr mal nach Tux sucht. Bei mir lag das in dem Pfad. Und dann mit sudo, also rootrechten, Leerzeichen, cp, wie copy, Leerzeichen. Dann der Pfad von eurem Bild. Ja, von eurem Bild. Und dann wieder ein Leerzeichen. Und dann der Pfad, wo es hin soll. In dem Fall nach Usershare Unity 6 Launcher Unterstrich. Das ist ein Unterstrich bfb.png. Und beim nächsten Ausloggen, ja. Einmal abmelden und wieder anmelden. Dann seht ihr das Bildchen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.